Das Mittelrhein-Tischgespräch Eine Veranstaltungsreihe der Konrad-Adenauer-Stiftung Landesbüro Rheinland-Pfalz Heute wollen wir etwas erfahren über die Frage Afghanistan nach dem Abzug der NATO Ein Politiker sagt, die NATO zieht sich aus Afghanistan Kein Politiker sagt, die Bundeswehr zieht sich aus Afghanistan zurück Sondern wir ziehen unsere Kampftruppen aus Afghanistan zurück Ab 2004, 2005 gab es eine seriöse Umfrage bei Forza und so weiter Es waren nie 50% der Bevölkerung Deutschlands Täter, die im Einsatz gestanden sind Ich finde es sehr, sehr, sehr gut, den Vortrag, den Sie gehalten haben Und ich muss alles nochmal sacken lassen Das war ein bisschen viel jetzt, ja, da gebe ich schon zu Demnächst auf NAHE TV